Hey Leute, ich bin's wieder, beim Halte spielen wir Rainbow Six, Heech and Summer Wolf. Let's go. Haupttor, gehen wir zum Haupttor. Nehmen wir Fuse. Passt. Eliminiert alle Terroristen. Okay. Kann man vom Dach aus angreifen? Oder rein vom Dach? Ich denke, es schaut schlecht, dass man vom Dach aus ins Haus kann. Na, kann man echt scheiße. What the fuck, Alter? Okay. 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 Irgendwider sind die da rein. Pech gehabt, du! Lusche! Die Musik einfach! 19 Gegner! Ich glaube, die werden wir nicht schaffen, oder? Mit 38 HP, Alter. Leute, ich weiß euch. ... Lagern leicht. wieso ich tue immer schon automatisch nachlassen alter ist der Tresor lol lol nice ok das war unnötig aber egal direkt auf die bühne leute man kennt Leute ich glaube das werden wir nicht mehr schaffen ich habe eine idee die kämen jetzt einfach da von wo ist der iPad 12 gegner nur noch mit 16 AP ne alter ich glaube das werden wir nicht mehr schaffen Leute ich muss dann noch eine Runde spielen alter ja so so und 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 nicht erzählen sollen leute das war so schlecht von mir alter wieso bin ich so schlecht auf einmal egal spielen wir noch eine runde leute spielen wir noch mal das gleiche und schauen wir uns besser jetzt hinkriegen nein die terroristen eliminieren die Was ist denn da? Oh. Ach, Mann. Komm, Alter. Jawohl. Das finde ich aber geil an Fuse. Da kann einfach so Granaten reinwerfen. Haha, den hat's voll weggefürzt jetzt. Ah, da ist die Drogerie nämlich an. Oder? Ja, die Gelddruckung. Lol. Das sieht halt so geil aus, Alter. Erstmal Munition nachladen, Alter. Warte, hab ich mir gedacht, das wär... Ich hab' mir gedacht, das wär' ein Gegner. Die Taschen da, oder? Der Motor, oder? ... ... Was ist das? Okay, das war unnötig, das da rein zu werfen, das ist nur ein Loch. Halt, da ist nur so der Gang, das war sowas von unnötig. Nein, das war gut. Ah, von hinten Leute. Von hinten Alter, so gemein Alter. Ja egal Leute, immer wieder Fegel schlagen, ich muss mich wieder mehr einspielen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, vielleicht auch ein kostenloses Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.